Was macht einen guten Motivationsredner aus? Die besten Motivationsredner sind meistens bekannte Persönlichkeiten oder Menschen, die etwas Besonderes erlebt haben. Und insofern sind Motivationsvorträge auch meistens sehr geprägt von einer persönlichen Geschichte. Meistens steht die Lebensgeschichte dieser Person im Mittelpunkt. Diese Geschichte fesselt die Menschen und die Menschen im Publikum reflektieren für sich. Wie passt das, was dieser Mensch da erlebt hat, in mein Leben? Ein Motivationsredner inspiriert die Menschen und ermutigt das Publikum, an die eigenen Ziele zu glauben. Ein Motivationsredner ermutigt dazu, Veränderungen anzustoßen. Auch mal durch tiefe Täler zu gehen und an die eigene Vision, an das eigene Ziel zu glauben. Bei einem Motivationsredner muss immer die Kombination stimmen. Aus der Person, seinen Inhalten, also den Botschaften, die der Motivationsredner vermittelt und der Rhetorik. Ein Motivationsredner muss es schaffen, das Erlebte und seine Botschaften spannend mit Storytelling zu transportieren. Einer guten Führungskraft geht es nicht darum, dass die Menschen ihr vertrauen. Eine gute Führungskraft schafft es, dass die Menschen sich selbst vertrauen. Das macht einen guten Motivationsredner aus. Kommen Sie gut an. Kommen Sie gut an. Vielen Dank.